moin se meine freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge zoo simulator so wir sollen sechs verschiedene tierarten adoptieren und sechs gehege reparieren dann lasst uns doch mal schauen wo wir hier irgendwelche gehege finden die wir reparieren können so altes reservat was ist denn hier los wasser in schüssel fünf prozent ich muss da noch hin ich muss den dicks doch installieren kommen wir schon machen wir die klappe zu hier damit der elefant nicht abdampft so ok futtern tut er soll ich mal erst mal voll hier gut dann wo ist er denn jetzt hier brauche ich das teil ab da ist ja gerade der elefant an mir vorbeigelaufen oder auf einmal wurde es ganz dunkel ja seht doch so das teil so sehr schön er macht das schon okay unterdings habe ich nicht mehr weiß was ich schmeiße dir hier mal ein bisschen gemüse rein so ok dann ja wollen wir mal weiter schauen ich möchte jetzt mal warte mal wir müssen den hier mal ein bisschen schicker machen was möchte denn der elefant an spielzeug haben hecke kegel und das genauso wie das nashorn gut dann ecke kegel und das dann machen wir das so hecke für ihn natürlich ein bisserl größer ist klar dann machen wir hierhin wollen wir zwei hecken direkt nebeneinander stellen ein bisschen gucken hier so ok passt so ähm also jetzt dreht er das einmal zurück bitte platzbaum gartenlaube hier spielzeug das ist aber groß das tor am waldhüllgehege ist kaputt das ist toll so dann stellen wir dem das mal hier hin oder genau komm so und was war das noch kegel wollte haben ne ja komm hier hast du ein bisschen kegel kannst du ein bisschen spielen so einer und zwei gut das müsste reichen also kannst du weg machen so irgendwo walddings ist was kaputt gewesen hier oh mädels was habt ihr gemacht oh ja wie gut dass ich hier noch ein paar stangen habe so schweißgerät habe ich auch noch hier warum das kaputt geht was die wohl machen so lass mich mal da ran hallo äh hallo ah ok muss noch näher ran und hier auch äh lässt du mal die klappe zu jemand hat gesagt dass du es auch machen sollst ah doch haha gut danke für die info so erstmal das hier abmontieren ja ja ich weiß ihr habt Durst ich kümmere mich ja schon drum so so seht da da kommt trinken resten habt ihr ok so dann lass mich mal raus hier ok machen wir mal doppelt zu besser ist das hier sind Elfried und Ottfried drinne ok 6 Gehege reparieren und gucken wir nochmal so altes Reservoir hier ist stiller Hain da hier ist grasiges Plateau ferne Oase wilde Wiese und das Schlupf in der Wüste und ruhige Weide wisst ihr was wir fangen mit dem hier vorne mal an den stiller Hain da gucken wir doch mal hier äh guck dir das an guck dir das an so schick hoppala perfekt so der da unten oh so der jetzt da hoppala und der daneben muss ja auch noch kann ich hier zwei Tiere reinpacken oder was wenn hier so zwei von den äh Infoschildern hängen könnte auch mal was neues ran das sieht ziemlich abgerunkt aus so eins zwei okay was haben wir hier jetzt noch haben wir die Tür zu das ist heile haben wir die Tür zu auch heile okay was müssen wir denn hier drinnen machen ich schau mal hoppala falsche Taste so hier sind wir ja okay zerstörte alte Mauern und Trümmer aufräumen okay Trümmer aufräumen und irgendwas mit alten Mauern das da ne ah ja hier gucke wo ist mein Hämmerchen da los geht's muss ich das komplett gedrückt halten ja besser ist okay jetzt den da noch so und der auch noch so wo ist jetzt das oh da was achso ich muss ja gedrückt halten Gott einfach das ist einfach aber es ist auch sehr laut ne also gut für euch werde ich es im Video natürlich da ein bisschen leiser gemacht haben ist klar weil es ist wirklich echt laut bei manchen Aufgaben hier verstehe ich mich selbst nicht wenn ich rede so wie jetzt ich hab mich selber nicht verstanden gerade ganz schlimm so also wenn ich zwischendurch mal ein bisschen lauter bin dann liegt es da dran dass ich mich selber nicht höre ne also nicht erschrecken sehr schön Dschungelgehege ist kaputt ist auch schon wieder kaputt meine Güte was machen die Viecher denn da alle lass mich mal hin zum Dschungelgehege oh Futter im Teller da ist fast leer hä stiller Hain Waldhaus ach hier ok ok ja dann lass mich mal ran da meine Güte warum machst du das nur ob man auch Mitarbeiter einsteigen kann die das machen die den ganzen Kram reparieren äh äh machst du das vielleicht so ich meine ich hätte mich bestimmt auch hinknien können so sonnige Savanne ist leer ok ich brauch Futter definitiv Futter so dann lass uns mal gucken hier Futter kaufen äh hier da war ich doch schon Pellets dann nehmen wir drei Fleisch ich wüsste nicht für was ich jetzt Fleisch brauche aber da ok so das nehme ich alles mit und das ist der Sack so du hast gerade deinen ersten Gegenstand in deinen Rucksack platziert du kannst den Rucksack mit I öffnen wenn du einen Gegenstand aufhebst und es in dem praktischen Invertar keinen Platz mehr gibt kommt der automatisch in den Rucksack du kannst Gegenstände mit der Methode ziehen und ablegen oder schnell verschieben unter Verwendung recht und ablegen frei ah und handlich hin und her schieben in dem Fall wandert der Gegenstand den freien Platz zurück ok sehr schön dit freut mich achso ne Moment I hat er gesagt so ok Pellet was ist das hier denn Wasserhahn wieso hab ich denn so viele Wasserhähne achso ok genug Druckreine packe ich auch erstmal beiseite das Schweißgerät auch so ah viel viel besser viel besser oh wo sind die Pellets hin was sind sie ne ok ich fülle das hier dann mal auf ah ja genau ist ja leer ist ja leer ok drei Stück passen auch genau rein ne sehr schön äh ja ok hi so hier muss man hier die Tür zumachen damit ihr auch schön da drinne bleibt was ist mit dir los ok egal passt schon so hier mit dem ist doch auch irgendwas oder Wasser ist drinne ah ja hier genau ah Obst und Gemüse ich weiß und jetzt muss ich gleich noch zum Ottifanten und muss dem da auch was reinschmeißen so er trinkt sehr gut mach zu die Klappe hier auch jetzt muss ich nur noch gucken wo war denn der Elefant hier nicht ne hier sind die Maulwürfe Maulwürfe hi 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 nein die Dingswander ähm die heißen sie Nashörner genau wegen dem Breitmaul ne deswegen ok das passt ok hier machen wir mal den Futter ich hab mhm ok ich brauch noch so ein ein Futterspender ja befindet sich im Lager echt scheiße dass ich sie jetzt wieder dahin latschen muss ah gut egal so mach kurz zu die Klappe damit er mich nicht abhaut huch äh springen kannst du nicht das ist blöd was wieso ist denn dieses Tor schon wieder kaputt der will mich doch echt verkaspern oder so kommen wir hier schnell zu du bekommst jetzt deinen Futterspender Digga so und hier schmeißt du jetzt zwar den Kram rein ok so und wieder ab zur sonnigen Savanne und da das Tor wieder reparieren das kann ja nicht wahr sein was machen die Viecher die ganze Zeit jetzt muss ich erstmal wieder hier das Schweißgerät rausholen so gut dann muss ich gleich wieder zu dem Gehege da hinten hin irgendwie dieser Hain oder was das war stiller Hain und mal ein paar Tierchen einsetzen ey lässt du die Tür mal zu du musst sie nicht immer aufmachen ok so was für ein Tier kaufen wir denn Gorilla Hyäne ok Tiger ähm afrikanischer Büffel Strauss Pfennig ok der sieht lustig aus der rote Panda Löwe Omida Coyote Gorilla ok wisst ihr was wir schauen erstmal nein hier stiller Hain was bist du denn für einer kleiner Lebensraum ok keine Tiere im Auslauf hm einmal zurück renovierungsbedürftig ey ne renovationsbedürfnis äh bedürftig ah Gott klar warte so warte hier ich will mal gucken Grizzly braucht was Mittel Strauss Steppe klein sollen wir den roten Panda nehmen Biome Wald was ist denn das Ding der stille Hain ok ja so Wald mäßig ne also mit ja wisst ihr was da ballern wir den roten Panda rein ich will den roten Panda haben haben wir nur einen hier ist ein Männchen was haben wir hier ah ja ok ja roter Panda passt hier rein sehr gut so und jetzt das Weibchen passt das auch noch ich hab nicht genug Geld ei 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 was ist denn nun kaputt wo ist denn mein Geld hin ach so Moment wie komm ich denn da jetzt hin zu dem roten Panda hier oben ne ne hier hin ok ach ist das super ok oh 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 Spiel abgestürzt tot alles weg gut meine Freunde äh ja das soll's ja gewesen sein macht's gut bis zur nächsten Folge ciao 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 ciao